Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Terrassenwohnung befindet sich in Münster Angelmodde. Die Wohnung wurde 1995 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Terrassenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 69 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Terrassenwohnung beläuft sich auf 552 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Mitglied Natsache 不同 avenue für den Kaltmiete